Hoi miteinander, ich bin Erik Weckerle. Wir sind heute am Sportbrilletag vom Rost, wo wir Oakleys testen können. Und passend zu dem machen wir eine Ausfahrt mit dieser coolen Gruppe. Wir fahren ein paar Trails, wirklich grüßbar und fahren den ganzen coolen Trail runter in die Engel und gehen wieder auf die Highway und freue mich, dass sie alle da sind. Die